Wenn ich eine Bewegung mache, eine Richtung, dann muss ich jede Zelle dorthin bewegen, jede Zelle meines Körpers. Also alle 5 Millionen Zellen, wenn ich dorthin bin, das heißt, und ich schaue zur Decke hin, dann will öfter etwas nicht dorthin. Das ist etwas, was man sieht. Etwas anderes ist, okay, ich will dahin. Ich habe so Angst. Ich habe Angst. Das ist das, was ich mir denke an der Emotion. Okay, das denke ich mir. Oh, da hinten ist Tabak.